So, es geht weiter, meine Freunde, bei Let's Play Donutak in Maui Mellert, ähm, ja, wir sind hier, wuppadapadapada, wir sind hier stehen geblieben und, äh, verdammt, 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 ich wollte weitermachen, genau, ich wollte weitermachen, hier ist der Checkpoint und, ähm, ja, ich wollte es ein bisschen ruhiger angehen, allerdings weiß ich gar nicht, ähm, ob ich das hinbekomme, wahrscheinlich nicht. Wir spielen jetzt erstmal weiter und, what, äh, rüber, 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 äh, was bist du, verdammt, oh, ey, Moment, juhu, so, äh, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss, deswegen laufe ich einfach mal und, naja, schwimme einfach mal und besorge mir hier die Reichtümer und, äh, ja, aha, okay, ich bin da jetzt wieder ganz oben, ich muss mal schauen, wie ich, oh, nein, nein, nicht diese Stelle, oder, wie ich sie hasse, verdammt, komm, dieses komische Teil muss ganz hier hin, hä, was war das, ach so, Moment, ich glaube, nach ein paar Sekunden sind wir unsichtbar, wenn wir stehen bleiben, kann das sein, bäm, 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 nein, ey, was ist, wenn wir hier, was bringt uns das, boah, verdammt, ach so, mit dieser, oh, bin ich dumm, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, mit Hilfe dieser Plattform bewegen wir diesen Tiki, den ich die ganze Zeit brauche, verdammt, oh, nein, oh, oh, Moment, ich stelle mich erst mal auf ihn drauf, okay, jetzt aber, jetzt hoch, so, gut, ähm, ich bin schon mal weiter hier im ersten Part und habe einen neuen Savepoint, oh, yeah, äh, denn hier war ich schon mal nicht, so, rüber, 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 alles einsammeln und runter und Käfer töten, na komm, verdammt, wieso kann ich den nicht, hallo, oh, Leute, hä, okay, drauf springen, bringt anscheinend nichts, ähm, das Spiel ist wohl kein normaler Jump, also ist kein normales Jump in one game, auf jeden Fall, what the, okay, hier muss ich aufpassen, ähm, denn das tat weh, lauf, Donald, okay, wo bin ich jetzt, das sieht gut aus, wie komme ich hier hoch, äh, Moment mal, was bringt, ja, klasse, ich muss jetzt diesen Tiki hier vor mir bewegen, das mache ich am besten so, und weg, 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 ich habe nämlich Angst, oh, verdammt, der schießt auch nochmal Spieße, so, jetzt, komm, 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 Donald, 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 go, go, hoch und, hoch und, oh, nein, verdammt, ich bin echt schon wieder gestorben, oder, hey, what the, gut, wir sind eh wieder beim Savepoint, Leute, ähm, ähm, ihr seht schon, ich habe mächtig Skill für dieses Spiel, das ist total mein, mein Fachgebiet, ey, wieso renne ich da immer rein, kann, kann ich irgendwie, Moment mal, ganz ehrlich jetzt, kann ich irgendwie den, Moment mal, den Emulator Speed, kann ich den bisschen, äh, runternehmen, oh yeah, halbe Geschwindigkeit, nein, das mache ich natürlich nicht, äh, Emo Speed wieder auf normal und weiter geht's, aber Spiel ist mir ein bisschen sehr hektisch, muss ich schon sagen, na, komm, so, na, 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 komm, 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 und, auf hier, hallo, schnell, oh oh, diesmal schaffe ich es bestimmt, und, ja, rauf, Wenn ich alles mit Ruhe und Konzentration machen würde, dann wäre ich hier bestimmt total der Profi, so, einsammeln und weiter nach unten, äh, was haben wir hier, Münzen, ein Krug und rübergejumpt und weiter, 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 verdammt, okay, wieso steht der Tiki auf so einer komischen Plattform, das gefällt mir schon mal nicht, Moment, den muss ich irgendwie, Ah, was hat das jetzt bewirkt, ach, ich muss hier hoch, okay, gut, dann, mache ich das mal, und, Leute, wundert euch nicht, dass ich, äh, ein bisschen mein Leben ignoriere, das ist, weil ich, Donald, ah, verdammt, da kommt er nicht hoch, das ist, weil, äh, ich sowieso immer andauernd in irgendwelche Gegner reinlaufe, Moment, ich glaube, das muss ich über, ich, ich glaube, ich weiß, dass jemand da hochkommt, hier, und dann, springen, fuck, Okay, Donald, wir haben nur noch 105 Leben, also du, ich weiß, dass du gleich, ey, kann ich den wirklich nicht, geht doch, Doch, ich muss den doch irgendwie totschießen können, das ist doch, hallo, ich finde das so sauunverschämt, dass man den nicht trifft, Egal, weiter jetzt, hoch hier, so, und jetzt ganz einfach rüberjumpen, ich lege mich am besten schon mal hin, um den zu ownen, sehr schön, So, und weiter, ich frag mich, wann ich dieses Level mal, äh, beendet hab, ach jetzt, Stage 3, get ready, Aber vorher mach ich erstmal einen, Moment, Safe State, so, denn ich hab keinen Bock, äh, jetzt, what the, ne, oder, ne, oder, Nein, 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 es ist dunkel, es ist dunkel, es ist dunkel, oh, 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 und mir rennt irgendein komisches Teil hinterher, Lauf, Donald, lauf, 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 Eins muss man dem Spiel lassen, es hat einfach nur geile Musik, So, ich, ich glaube, dieses Teil, was mich verfolgt, kann ich nicht abschießen, von daher gebe ich es lieber mal auf, Ähm, ja, okay, lauf, 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 Donald, oh, yeah, oh, tickies, tickies, fuck, Tickies, okay, wir sammeln so viele, so viel Schmuck und, äh, so viele Edelsteine wie möglich ein, So, jetzt muss ich aufpassen, renn, okay, und renn und hoch und weiter, war das jetzt, äh, die komplette Stage 3? Ja, jetzt kommt Stage 4, ich bin gespannt, dim, dim, hier haben wir ein Checkpoint, man kann nach links laufen, Oh, der Butler, kann ich dich irgendwie, hahaha, okay, gut, abschießen kann man ihn, Und ich glaube, das hier, wo ich gerade langgegangen bin, war das richtig, oder ist das nur für die Leute, Die das Spiel zu 100% beenden wollen, ey, hier war ich doch schon mal, oder? Ich gehe hier einfach mal hoch und jetzt wieder runter und jetzt gehe ich mal wieder, So, wir sammeln einfach mal alles ein und lauf, na, komm, 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 und weiter, äh, oder auch nicht, Moment, verdammt, kann ich hier irgendwo, so, geht doch, wir gehen mal wieder ganz hoch und jetzt einfach hier weiter, Wenn ich nicht gestorben wäre, tja, da waren es nur noch, zwei, ein Leben, verdammt, ich dachte, ich hätte noch zwei, So, hier kann ich gar nicht lang, wegen dem Klavier, okay, das sehe ich ein, weiter, 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 Wupp, badabadaba, bam, ich habe Skill, so, auf jeden Fall weiter jetzt hier die, äh, Käfer abnurksen und hoch hier, Na, komm, oh, yeah, nein, verdammt, nochmal, komm, hoch, und, oh, yeah, oh, yeah, ey, hallo, Donald, ja, fast, So und so, ey, das ist doch zum Mäusemelken hier, ey, ich komme da einfach nicht hoch, egal, wie sehr ich es will, Okay, wir gehen dann nochmal hier runter und hier rein, dann sind wir nämlich hier oben, so, hier ist ein Checkpoint, Den ich sofort einsammle und, äh, Käfer müssen sterben, kann man nicht irgendwie, was ist das hier oben eigentlich? Ach, das macht mir auch Schaden, ups, lalalala, das habe ich gar nicht gesehen, tut mir leid, Leute, Butler, oh nein, 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 oh nein, geh weg, du Idiot, Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit Bedacht vor hier, so, runter und Reichtümer einsammeln und weiter, Butler, Nein, 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 Käfer, so, ihr müsst wissen, ich bin bei diesen Spielen immer total, meistens geistesabwesen Und dann denke ich einfach nur daran, irgendwie, äh, in der Panik des Gefechts zu gewinnen So, wo muss ich jetzt lang? Ich denke, wenn ich nach links springe, werde ich sterben, also springe ich mal nach rechts Ja, war doch schön, gut, äh, wie komme ich hier jetzt hoch? Gar nicht Na, Donald, komm, 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 komm So ein Endboss oder ein ganz normaler Gegner, der einfach immer kommt, so, ich habe ein Leben aufgesammelt Sehr schön, Checkpoint und weiter Den will ich nämlich haben, so, oh, verdammt Donald, das war eine Aktion, du So, runter, runter, runter Und ich denke, ich will mir erstmal den, äh, diesen Diamant ringen Und rüber, rüber und hoch und runter Und awesome Nein, na doch Okay, go, oh, Butler Erstmal muss ich ihn und seine verdammten Säcken hier klein kriegen Bis wir irgendwie, äh, mal diese Stage benden können, kann das sein? Okay, ich muss hier hoch, eindeutig Nein, nein, Donald, jetzt Wow, nice Oh yeah Also, ihr müsst wissen, das ist alles Donald, das ist alles er Ähm, ich nehme, also, also, ich drücke hier gar keine Tach, wow Ich drücke hier gar keine Tasten und so Das ist alles, äh, rein sein Naturtalent Denn ich kriege hier gerade gar nichts auf die Reihe So, Diamant ring Sammle ich leider nicht mehr ein Runter, Checkpoint und weiter Äh, yo, das teleportiert uns nach oben Das ist ja geil Okay, hoch und hoch, hoch, hoch Bum, 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 bum Und wo muss ich jetzt hin? Äh, ja Ah So, wir sind wieder ganz oben Und wir sind wieder im Geschäft Können die, ähm, Edelsteine und andere Sachen einsammeln Und weiter Ich glaub, das war's mit dieser Stage Loot found 69% Stage 5 Get ready Dim, dim Und wir meinen Safe Stage So Ich bin In, äh, der fünften Stage Und wir Uah Uah Wir machen weiter gegen eine Riesenspur What the fuck Wie soll ich die bitte Okay, wie besiegt man sowas? Ich glaub, ich weiß wie Moment Also im Notfall, ähm Lade ich einfach meinen Safe State Ich glaub, ich weiß aber Moment Ah Okay Okay Okay, 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 okay Das, ähm Könnte ein Problem werden Für mich Für normale Spieler nicht Aber ich bin schlecht Und, äh Scheiße, scheiße, scheiße Ich wette, in der Theorie ist es einfach Aber Verdammt, verdammt, verdammt Ich hab kaum noch neben mir Scheiße Spinni, 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 Spinni Spinni, Spinni, Spinni Na komm, na komm, na komm Donald Oh mein Gott Das wird knapp Das wird sehr, sehr knapp Ey, wenn ich die jetzt schaff, ne Dann Oh yeah Mit fünf neben noch Fuck Fuck Scheiße Die hat mich nicht echt noch getötet, oder? Leute, tut mir leid Da muss ich gerade einfach mal abgehen Denn, ähm Haha Ich lade meinen Safe State Oh Ich weiß, ich bin unfair Moment Das war, glaub ich, der falsche Den hier muss ich laden Äh Hallo Okay Moment So sollte das nicht ablaufen Ähm Open State Ah, genau, genau Hier laden wir den Safe State Muhaha Also ihr seht Ich bin ein, äh Noch ein Anfänger Mit diesem Emulator Also ich hab längere Zeit Wieder, äh Nicht mehr auf Zetsness gespielt So heißt jetzt Der schöne Emulator Und, ähm Ich glaube Einfach in die Spinne reinzurennen Bringt nicht wirklich viel Ich muss irgendwie So machen Na komm, na komm, na komm Du Befucktes Nein, 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 nein Lauf, Donald Lauf, 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 lauf Lauf Du, du, du Ey, verdammt, verdammt, verdammt Das ist so unfair, Leute Das ist sowas von unfair Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll Man kann dieser Spinne doch auch gar nicht entweichen Wenn die, guckt euch das mal an Jetzt, ne Hier Ne kleinere So, wieder ne kleine So, und jetzt Was soll ich anderes machen, als Hier lang zu springen Und dabei muss ich sie einfach berühren Das ist doch unmöglich Äh, okay Okay, sie ist kaputt Aber sie hält noch was aus Oh, verdammt, verdammt, verdammt Verdammt Ey Oh Gott Das kann jetzt ein paar Jahre dauern Bis ich, äh Diese Spinne Glatt gemacht hab Guck Ich hab jetzt nur noch 60 Leben Leute, das ist so unfair So endlos unfair So endlos unfair Also ehrlich, Leute Nein, ähm Wisst ihr was? Kurze Aufnahme Stopp Die Spinne machen wir beim nächsten Mal Wir sehen uns Gleich wieder hier Bei Donald Duck In Maui Mellert Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal